Mein Pulli kratzt heute! Verdammt! Was hab ich falsch gemacht? Ja, liebe Hausfrauen! Wolle! Ha! Wolle will weich gewaschen werden. Und dafür gibt es doch unser neues Wuschelwudel. Passen Sie auf, hier die mit normalem Waschmittel behandelte Wäsche. Riesig, gritzig, zittig. Daneben die mit unserem Wudelwoll weich behandelte Knuschelwäsche. Sie ist so wuschelig weich. Sie ist so weich. Sie ist so weich. Jetzt ist mein Pulli schön weich, Mutti. Sehen Sie, jetzt haben Sie ein gutes Gewissen. Das ist so weich. 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 Das ist so weich.